Irgendwas stimmte also nicht. Verpassten sie Trends? Oder wollten Leute einfach keine Gummibärchen mehr? Letzteres konnte er eigentlich ausschließen. Es wurde so viel Zucker wie nie zuvor konsumiert. Dazu hatte er erst neulich eine interessante Studie in der Lebensmittelzeitung gelesen. Es musste also an etwas anderem liegen, dass sich ihre Marke derzeit auf dem absteigenden Ast befand. Genervt marschierte Marius in die Küche der Villa und öffnete den Kühlschrank. Der war, wie sollte es auch anders sein, nicht gut bestückt. Außer einer mittelgroßen Gurke, Senf, Tomatenmark und Sojasauce befand sich nichts darin. Die Haushälterin hatte klar Schiff gemacht und alles entsorgt, was nicht mehr ganz frisch gewesen war. Das war das Ergebnis. Gähnende Leere. Neben der aufreibenden Suche nach Charlotte hatte er nicht mehr daran gedacht, einzukaufen. Was soll's, brummte er und schlug die Kühlschranktür zu. Musste er eben jetzt nochmal los oder etwas bestellen. Marius wandte sich gerade in Richtung Haustür, als es klingelte. Mit wenigen Schritten war er bei der Gegensprechanlage und schaute auf den Monitor, um herauszufinden, wer sich am Außentor befand. Er staunte nicht schlecht, als er Charlotte entdeckte. Sie hatte sich umgezogen und trug jetzt ein knielanges Kleid, ihre Haare hatte sie zu einem strengen Knoten zurückgebunden, unter dem Arm klemmte ihr Notizblock. Erleichtert atmete er aus und betätigte den Knopf, um sprechen zu können. Dass sie hier auftauchte, hieß ja wohl, dass sie doch mit ihm reden wollte. Seine Mundwinkel bogen sich wie von selbst nach oben und sein Herz vollführte einen freudigen Hüpfer, der ihn deutlich aus der Ruhe brachte. »Hallo Charlotte, was kann ich für dich tun?« neckte er sie, obwohl ihm im gleichen Moment bewusst wurde, dass er so vermutlich nicht an die gewünschten Informationen kam. Sie zuckte und schaute sich nach der Kamera um. Als sie sie entdeckt hatte, kniff sie die Brauen zusammen. »Du weißt genau, warum ich hier bin, aber wenn du an meinen Überlegungen nicht interessiert bist«, sie zeigte mit dem Daumen hinter sich, »kann ich auch genauso gut wieder gehen?« Sein Lächeln verblasste. »Schon gut, komm rein!« Er drückte den Schalter für die Tore und öffnete die Haustür. Er ging ihr nicht entgegen, sondern lehnte sich lässig gegen den Türrahmen und verschränkte die Arme vor seiner Brust. Während er auf sie wartete, nahm er sich vor, sachlich und höflich zu bleiben. Er würde sich von jetzt an weder irritieren noch provozieren lassen und selbst nichts mehr tun oder sagen, was Charlotte ihrerseits ärgern würde. Als sie endlich die Auffahrt zum Haus heraufkam, musste er doch lächeln. Sie sah aus, als ob sie auf dem Weg in eine Schlacht wäre und nicht zu einem freundlichen Geschäftsgespräch. »Ich beiße nicht«, lautete seine Begrüßung. »Oder nur, wenn du mich darum bittest.« Verdammt, so fühlst du den Vorsätzen, sich besser zu benehmen. Charlotte ging zu seiner großen Überraschung nicht darauf ein. Sie wirkte ein wenig erschöpft, als sie vor Marius stehen blieb und zu ihm aufschaute.